Was macht eine so schöne Frau so alleine am Flughafen? Toll, dass du da bist. Ich hab dich mit dem Management betraut, obwohl du wenig Erfahrung hast. Ich hab alles im Griff, der Job macht mir Spaß. Ich rede von den Diebstählen, ja? Du kannst dir ja vorstellen, dass das dem guten Ruf unserer Hotels nicht gerade zuträglich ist. Dann engagieren wir einen Privatdetektiv. Ich kenn einen. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Lazar. Armando Lazar. Wunderschön haben Sie es hier. Wir haben bei Ihnen ein Buch. Wir sind hier, um unseren Hochzeitstag zu feiern. Ich bin dem Tod von der Schippe gesprungen und habe plötzlich gemerkt, was sich alles im Leben versäumt hat. Polizei! Halten Sie den Wagen auf! Kannst du eigentlich schwimmen? Na, selbstverständlich. Auf das Leben. Mit dir. Ein Ehepaar aus Krems in Österreich. Leopold Wagner und seine Freundin Riette. Ja, mein Vater heißt Leopold Wagner. Ihre Eltern haben ein Auto gestohlen und bei einer Polizeikontrolle Fahrerflucht begangen. Meine Mutter ist vor fünf Jahren gestorben. Und mein Vater klaut ganz sicher keine Autos. Papa, ja, es gibt jemanden, mit dem ich gern noch einen Drink nehmen würde. Falls es dich beruhigt, erst du dir. Ah, erst du dir. Ich wollte noch eine Tour mit dem Kanu machen. Kommst du mit? Nee, du, geht nicht. Bist du die Chefin oder bist du die Chefin? In deiner Position musst du 24 Stunden am Tag erreichbar sein. Mein Gott, was war denn los? Ich will dir nicht wehtun, Kleines. Aber ich finde es nur fair, dass du das weißt. Ricardo trifft sich mit dieser Frau. Ja, mein Gott, was war denn los? Wie schön mit dir hier zu sein. Wie schön mit dir hier zu sein.